So, wir fahren jetzt gleich mit dem Wassertaxi für glaube ich 45 Minuten hier am Abel Tasman National Park zum Ausgangspunkt der Wanderung und von daraus müssen wir circa 13 Kilometer bis hierhin zurück wandern. Ja, wir haben heute einen super tollen Tag. Temperaturen werden so gegen 26 Grad sein, also alles perfekt. Ja, das ist schon echt stark. Ja, das ist schon sehr stark. 1,2,3,4 Wir sehen uns beim nächsten Mal. Das ist schon nicht verkehrt hier. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen Dech hoch. Wunderschön. Ja, das könnte überall in der Karibik sein. Absolut gigantisch. Wunderwunderschön. Wie in der Karibik liegt das Wasser, Mann, Schatz. Wunderschön, wunderschön. 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 Diese Fahne im Vordergrund. Blaue Meer im Hintergrund. Wunderschön. 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 Wunderschön.